Mehl, Zucker, Zitronat, Rosinen, Haselnüsse, Mandeln, Eier, Backpulver, Lebkuchengewürz, Kakao, Butter und Milch. Es duftet schon richtig gut nach Weihnachten. Ich nehme auch die Hände, weil ich muss den Teig fühlen. So, jetzt habe ich den Teig gut durchgeknetet, dass sich alle Zutaten gut verbinden. Jetzt geben wir den Teig auf die Opladen. Wir können das mit einem Löffelportionieren. Ich mache erst mal kleine Häufchen. Unsere Pfefferkuchen muss man auf den Opladen etwas glatt streichen. Das ist eigentlich das Langwierigste an der ganzen Sache. Wie gesagt, sie laufen nicht breit, deshalb kann man sie auch schön dicht an dicht auflegen. Und dann backen wir sie 12 Minuten bei Niedrigtemperatur 150 Grad. Ich verziere die Lebkuchen einfach mit ein bisschen von der weißen Koffertüre. So, und nun sind sie fertig. Wir lassen es noch auskühlen. Und dann halten sie sich in einer Blechdose. Wenn sie sich halten und nicht schon vorher aufgegessen sind, auf alle Fälle bis Weihnachten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de